Ich finde Kommunikationswissenschaft wahnsinnig spannend. Letztlich ist alles, was wir in der Gesellschaft tun, ja irgendwo Kommunikation. Das ist auch das, was die Gesellschaft zusammenhält. Und ich denke, das ist eine Forschung, die zentral ist eigentlich für das Gelingen von Gesellschaft. Ich sehe das auch durchaus als eine Art kritischer Begleiter der Gesellschaft. Es gibt ja immer so das Vorurteil Kommunikationswissenschaft, das wäre viel Gerede oder Rhetorik. Damit hat es eigentlich nicht viel zu tun, sondern es geht wirklich um die Erforschung der gesellschaftlichen Bedingungen und wie wir zusammenleben als Menschen und wie wir auch als Menschen zusammenleben wollen. Und es ist einfach ein wahnsinnig spannendes Fach. Also jetzt speziell in dem Online-Bereich ist es so, dass man eigentlich fast immer der Erste ist, der diese Frage stellt, wenn man forscht. Da ist bislang noch wenig an Erkenntnis da und man kann ja forschen, tatsächlich forschen vorgehen. Also wirklich explorieren, gucken, was passiert eigentlich in dem Bereich. Und es ist ja auch ein Bereich, der relevant ist für die Gesellschaft, wo man merkt, hier sind einfach gesellschaftlich wirklich relevante Fragen, die noch zu beantworten wären. Und man ist eigentlich der, der diese Antworten vielleicht dann bringen kann. Und ich gehe da auch eigentlich immer mit so einer gewissen kindlichen Neugier ran, dass ich einfach sage, was interessiert mich? Und gibt es dazu schon Forschung? Meistens stellt man fest, nö, gibt es noch nicht. Und da kann man dann wirklich rangehen und auch einfach Neues entdecken.